Jesus hat ein einfaches Wort verwendet, um das Problem der menschlichen Rasse zu beschreiben. Dieses Wort ist Sünde. Ursprünglich haben Bogenschützen das Wort verwendet, um zu beschreiben, was falsch gelaufen war, wenn der Pfeil nicht die Mitte der Zielscheibe getroffen hatte. Zu sündigen bedeutet, das Ziel zu verfehlen, das Gott für uns geplant hatte. Die Wahrheit ist, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes nicht erreicht haben. Wie können wir dann von der Sünde geheilt werden? Die Bibel gibt uns die Antwort. Nur durch das Blut Jesu. Wie empfangen wir dieses Geschenk? Kehre um von deiner Sünde. Bitte Jesus, dich zu erretten. Er lebt, ist gegenwärtig und bereit, es zu tun. Bitte ihn im Gebet. Tu es jetzt.